Hey ho meine Freunde der Dunkelheit, heute erzähle ich euch meine persönliche Meinung zum Spiel Dynasty Warriors Gundam Reborn. Kui Tecmo präsentiert mit diesem Game die Hauptgeschichten von Gundam, Char's Counter-Attack und Zeta Gundam nochmal mit neuem Glanz. Hinzu kommt noch, dass die Geschichte von Gundam Unicorn und Gundam Seed und Seed Destiny gezeigt werden. Mit sehr schönen Cutscene kommen nostalgische Gefühle hoch und man kann als Fan der Gundam Reihe nur mitfiebern. Zu der Hauptgeschichte gibt es auch noch den Ultimate Mode, in dem in vielen verschiedenen Missionen eigenständige Geschichten erzählt werden. Bei einigen Missionen muss man aber auch dreimal diese spielen, um alle Inhalte freizuschalten. Was mich zu den Trophäen bringt, denn diese sind einfach nur lächerlich. Keine geheimen Trophäen, simples Abschlachten mit jeder Bedingung und dem richtigen Einsetzen der Suits und Charaktere und man hat die Platin-Trophäen leicht in der Tasche. Alles nur eine Frage der Zeit. Das Gameplay selber hat sich nur minimal verändert. Abgesehen von wenig neuen Charakteren und wenig neuen Mobile Suits wurde das Spielverhältnis der nicht so beliebten und schwachen Mobile Suits optimiert, sodass es auch etwas mehr Spaß macht mit diesen zu spielen. Auch der Einsatz der Mobile Armors sind nun spielbare Suits. Das sind nur kleine, aber feine Verbesserungen, die den Musou-Gameplay der Dynasty Warriors Saga ausmachen. Es bleibt aber nach wie vor beim simplen Draufgehaube. Es gibt in diesem Teil übrigens keine Freundschafts-Leveling mehr, wie als Beispiel im Dynasty Warriors Gundam 3 hier gerade im Bild zu sehen. Und ein Online-Modus wurde nur so weit verändert, dass man per SOS-Not-Signal Hilfe zurufen kann. Da aber die Missionen um einiges einfacher sind als bei den Vorgängern, braucht man diese eher selten bis hinzu gar nicht. Zu denen habe ich pro bis halber 10 Minuten gewartet und um einen Online-Gehilfen zu finden, aber diesen nie erhalten. Das Level-Design ist nichts Atemberaubendes. Schon eher langweilig, außer bei einigen Ausnahmen. Zum Beispiel gibt es ein Level, in dem die Windrichtung die Felder manipuliert und das bringt Abwechslung. Doch leider kommen solche Level viel zu selten im Spielverlauf vor. Die Grafik orientiert sich nach den ersten beiden Ablegern der Dynasty Warriors Gundam-Reihe. Was jetzt nichts Negatives ist, aber den Grafikstil des dritten Ablegers fand ich so gut, dass ich mir bei Reborn eher diesen Stil gewünscht hätte. Außerdem ist Gundam Reborn auf Englisch. An sich kein Problem, wenn man die Sprache beherrscht. Aber ein Kritikpunkt, weil die Vorgängerteile auf Deutsch waren. Das DLC-Komplettpaket bietet drei zusätzliche Storys mit insgesamt 16 Missionen und fünf spielbaren Gundams. Diese kann man im PlayStation Network Store kaufen. Fazit. Das Spiel ist für Gundam-Fans, die den Muso-Gameplay mögen, bestimmt keine Enttäuschung. Aber zum vollwertigen Preis inklusive der DLCs einfach zu teuer. Dafür bietet das Spiel zu wenig. Eine Kaufempfehlung gibt es hier also von mir nur, wenn der Preis entsprechend passt. 50 Euro inklusive DLC-Paket, 30 Euro sind einfach zu viel. Daher gebe ich dem Spiel drei von zehn Punkten. Was sind eure Meinungen zum Review? Schreibt es mir in die Kommentare und wenn ihr noch ein bisschen Gameplay von dem Spiel sehen wollt. Ich habe insgesamt sieben Parts Let's Played, wo man sozusagen ein kleines Schnupperstündchen zu sehen ist. Also wenn ihr euch das mal genauer angucken könnt, die ersten zwei Spielstunden findet ihr in meinem Kanal. Hier gerade im Bild verlinkt. Klingt drauf, wenn ihr mehr sehen wollt. Ansonsten vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.